Die Zeitreise der Mobilität geht weiter. Die Marke Magirus Deutz blickt auf eine lange Geschichte zurück. Sie wurzelt im Jahr 1864 und in einer der ältesten Motorenfabriken der Welt. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von PS-Speicher-TV. 1944 präsentierte die Firma den ersten luftgekühlten Dieselmotor. Der Grundstein für den Markenerfolg der Zukunft war gesetzt. VW-Fahrer dürften sich an den Spruch erinnern, Luft gefriert nicht, Luft kocht nicht. Das galt von nun an auch für Lkw. Aber erst mit der Übernahme der Magirus AG aus Ulm im Jahr 1936 stand auch eine Lkw-Produktion unter eigenem Dach zur Verfügung, indem man die eigenen Motoren einbauen konnte. Im Logo findet ihr den Ulmer Münster als Emblem. Unser Magirus Deutz 230 verfügt noch über die eckige Haubenbauweise. Denn er war für den Geländeeinsatz konzipiert. Im Gegensatz zu den markanten Rundhaubern seiner Zeit konnten nämlich somit Verwindungen des Fahrzeugrahmens besser ausgeglichen werden. Die mehrteilige Haube war also nicht nur charakteristisch, sondern auch zweckmäßig und besser als eine aus einem Blech gepresste Haube. Dieses Modell stand am oberen Ende des Fahrzeugangebots. Eingebaut ist ein 230 PS Leistner und wie schon gesagt luftgekühlter V6 Motor, der seine Bullenkraft aus 13 Liter Hubraum zieht. Zur Fortbewegung der maximal 22 Tonnen Gesamtgewicht auf öffentlicher Straße wurden alle drei Achsen angetrieben. Mit einem ebenso speziellen Anhänger versehen diente dieses Gespann der Deutschen Bundesbahn, um Weichenteile zu Gleisbaustellen zu bringen. Denn die Deutsche Bundesbahn unterhielt unbemerkt von der Öffentlichkeit einen sehr großen Fuhrpark spezieller Fahrzeuge für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Denn abseits der Straße und der Schienen war immer was los. Folgenden Satz aus Fuhrmannkreisen habe ich schon mal beim Lkw-Treffen gesagt und erntete zustimmendes Nicken. Mal sehen, ob ihr das in den Kommentaren genauso seht. Ein Magirus wurde immer dann gebraucht, wenn ein steckengebliebener Mercedes aus dem Matsch gezogen werden musste und kein Hinschel zur Verfügung stand. Überlegt mal! Wir sehen uns nächste Woche wieder oder vorher im PS-Speicher und einem seiner Depots. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.